Tja, Kurs 2, Ninja-Künste, Weg des Wassers, Entschuldigung. Heech-Time, okay, das ist lustig. Alle klassischen Ninja-Geschichten beginnen in einem kleinen Dorf. Ähm, da geht's wohl nicht weiter. Sie haben das Dorf besetzt. Ich hab keine Ahnung, was ich da gerade gemacht hab. Ah, die Musik ist cool. Wie hat sie... Das Dorf braucht deine Hilfe. Ja, ist schon klar. Wie ist der Weg für zum Haus des Ältesten? Du bist durch den Brunnen geschlüpft? Klar, warum nicht? Warte mal. Noch kann ich nicht viel machen. Was? Stärke allein wird hier nicht ausreichen. Oh. Du musst stets auf der Hut sein. Okay. Bepist. Bebist. Bepist. 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 oh schade ich dachte wir noch ein secret angeblich gibt es einen geheimgang es hat sich angehört als hätte man gefurzt oder geschissen was kann ich denn eigentlich ne da kann ich nichts machen warte mal okay das ist lustig jetzt nehmen sie mich gefangen bist du näher gekommen bist du vielleicht ein ninja was die ninja legende ah die die münzen hören sich nicht so geil an enorm du hast den du hast den weg hierher gefunden vielleicht kannst du uns helfen neues outfit ich finde es schade dass man nicht wechseln kann oh wei warte was oh wei ninja ich dachte alles gesehen aber dass ich das mal sehen werde in meinem leben okay musik ist cool ich kann nur den dash springe mit hilfe nah zwischen zwei wänden hin und her um weiter nach oben zu gelangen tja der mario braucht das nicht gegnerin ah eine verbündete bitte hilf uns ja von hinten moment das hört sich falsch an geht das lustig diese geschmeidigkeit okay das ist cool das ist zwar lame aber es ist lustig das war knapp ich lass die wir nicht am leben ich rate die werdet zur wand also auch anders machen warte mal warte mal aha wo habe ich den jetzt schon wieder ein verpasst sei wachsam dort lauern viele feinde warte mal okay verstehe also schlechtest das spiel tatsächlich warte mal warte mal Das war's für heute. Sie sind hinter den Schriftrollen her. Die Schriftrollen gehören mir. Er darf nicht entkommen. Nein, 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 zurück, 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 zurück. Ich hab da was gesehen. Fuck. Ah, das war ein Autorunner. Oh, fuck. Kann auch nur mir passieren. Ja, immerhin. Easy. Was zum Geier. Jetzt geht die alte aber ab hier. Die wilde Hilde. Oh, fuck. Okay, das war lustig. Das hätte ein bisschen länger gehen können. Ah, zwei. Na komm, war schon okay. Es ist fertig. Danke. Oh, kriegt Mario nicht so cooles? Ach ja. 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 Fortsetzung folgt. Es ist zwar einfach nicht, aber ich muss sagen, es macht mehr Spaß, als es mir sparen sollte. Ist das beunruhigend? Ich hoffe nicht. gerade irgendwie die Popcorn aufzukriegen. Also, die sind ja noch mal zugeschweißelt. Wann ist das denn? Das war früher nie der Fall. Naja. Machen wir mal den nächsten Kurs, ha? Cowgirl, der Wild, oh, das hört sich gut an.